Ich muss ihn irgendwie dazu bringen, dass er mich hineinlässt. Hier, Herr Kommissar. Sehen Sie mal. Vergleichen Sie den Brief, den Sie gefunden haben, mit diesem hier, den der Professor persönlich geschrieben hat. Er gab ihn mir gestern Abend und es ist wohl eine Nachricht für jemanden in Mexiko. Interessant. Sie haben recht. Das ist sogar für meine Augen ganz offensichtlich. Das ist eine ganz andere Handschrift. Wirklich gute Arbeit. Obwohl es für gewöhnlich nicht erlaubt ist, werde ich Ihnen zum Dank für die Hinweise, die Sie geliefert haben, gestatten, sich in der Villa umzusehen. Sie können dort bleiben, bis ich die Fachleute gerufen habe. Aber fassen Sie bloß nichts an. Verstanden? Sie können sich auf mich verlassen, Herr Kommissar. Natürlich werde ich den Brief behalten müssen. Schließlich ist er ein wichtiges Beweisstück. Ist das wirklich nötig? Absolut. Ich muss darauf bestehen. Ich habe es nicht geschafft, den Professor rechtzeitig zu warnen. Aber er würde sicher nicht wollen, dass ich jetzt aufhöre. Ich werde seine Arbeit beenden. Und dann wird sein Mörder büßen müssen. Ein schrecklicher Anblick. Ich habe ihn meinem Onkel zum Geburtstag geschenkt. Er liebte Bonsais. Unten ist eine kleine Öffnung. Vielleicht ein Schloss? Gestern Abend haben wir noch hier gesessen. Das Feuer ist aus. Sieht aus, als sei sie oft bewegt worden. Sieht aus, als sei sie oft. Offensichtlich bist du nicht zu Hause, François. Deshalb hinterlasse ich dir eine Nachricht. Die Bücher, die du bestellt hast, sind angekommen und liegen hier auf meinem Tisch. Soll ich sie dir bringen oder willst du sie abholen lassen? Ich würde ersteres vorziehen. Dann könnten wir nämlich unsere Schachpartie fortsetzen. Mir steht eine Revanche zu. Wie wäre es also heute Abend? Ruf mich auf jeden Fall zurück und wir besprechen das dann. Pierre. Professor François de Wilde, wenn Sie zu Hause sind, gehen Sie bitte ans Telefon. Ich rufe in einer dringenden Angelegenheit an. Professor? Hm. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Aber es ist kein Freund oder Kollege des Professors. Fotos von Expeditionen nach Südamerika, das Onkel François so sehr geliebt hat. Der Sand ist noch nicht durchgelaufen. Das muss der Safe sein, in dem Onkel François die beiden Statuen versteckt hat. Ich muss ihn irgendwie öffnen. Der Sand ist noch nicht durchgelaufen. Der Sand ist noch nicht durchgelaufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zu welchem Schloss der wohl gehört? In der Sanduhr schimmert ein kleiner Schlüssel. Untertitelung des ZDF, 2020 François hat hier einige Notizen über numerische Systeme der Mayas hinterlassen. Das Vigesimal-System beginnt mit 1, geht weiter zu den 20ern bis hin zu 400ern. Ein sehr kluges numerisches System für seine Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie führt in den Flur und zum Garten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss sie zurückbekommen, bevor diese Bastarde auf Nimmerwiedersehen mit ihnen verschwinden. Ist Ihnen etwas aufgefallen, das uns helfen könnte? Ich fürchte, nein. Warten Sie mal, da gab es doch eine Kleinigkeit. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht. Die Stimme kannte ich nicht. Es war jedenfalls keiner von den Freunden des Professors, die ich kenne. Vielleicht wollte jemand nachprüfen, ob er zu Hause war. Oh, das klingt wirklich logisch. Ich werde das überprüfen. Aber ich muss mich entschuldigen, ich habe dummerweise eine alte Sanduhr zerbrochen. Sie hätten vorsichtiger sein sollen, aber wenigstens haben Sie mir davon erzählt. War das alles, Monsieur... Martin Holen. Ja, mir ist nichts weiter aufgefallen. In Ordnung. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten, Monsieur Holen. Mir auch, Herr Kommissar. Leider muss ich mich jetzt verabschieden. Ich werde Sie vielleicht noch einmal sprechen müssen. Kann ich Sie irgendwie erreichen? Naja, zurzeit wohne ich im Hotel Saffron. Das liegt auf der anderen Seite der Küste, ganz in der Nähe des Hafens. Gut. Dann auf Wiedersehen und vielen Dank, Monsieur Holen. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Haben Sie mit dem Kommissar gesprochen? Ja, und ich glaube, dass ich etwas Licht in diesen widerlichen Mordfall gebracht habe. Also kein Selbstmord, was? Sie hereingelassen zu haben, war doch eine gute Entscheidung. Wenigstens werde ich meinen Vorgesetzten nichts erklären müssen. Dürfte ich erfahren, was Sie herausgefunden haben? Fragen Sie einfach den Kommissar. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Verstehen Sie? Oh, entschuldigen Sie, das verstehe ich natürlich. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Au revoir. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018 Zimmer 32, nicht wahr, Monsieur? Ja, 32. Wir möchten so schnell wie möglich abreißen. Natürlich, Monsieur. Es wird nur eine Minute dauern. Das ist er. Die ganze Zeit waren wir im gleichen Hotel. Das hätte ich ahnen müssen. Sie müssen mir gefolgt sein. Ich verschwinde lieber, bevor er mich sieht. Sie kannten jeden meiner Schritte und das hat Onkel das Leben gekostet. Wenigstens weiß ich jetzt, wo die beiden Statuen sind. Ich darf keine Zeit mehr verlieren. Wonach suchen Sie denn hier, junger Mann? Wollen Sie einen kleinen Plausch mit der alten Iris halten? Nein, nicht wirklich. Humbug. Warum würden Sie im Müll herumkriechen wollen, ha? Das geht Sie gar nichts an. Ja, genau. Sie behandeln eine alte Lady nicht gerade respektvoll, junger Mann. Naja, ich wollte nicht mal mit Ihnen reden. Wie Sie wünschen. Zu hoch. Ich kann sie nicht erreichen. Hände weg, junger Mann. Dieser Stock begleitet mich schon sehr lange. Sie sollten aufpassen, dass Sie ihn nicht auf dem Rücken spüren. Sachte, sachte. Hände weg, sagte ich. Was denn? Wollen Sie sich entschuldigen? Eine Lady müssen Sie wie eine Blume behandeln. Nie davon gehört? Ich wollte doch nur... Heititai, was wollen Sie von mir? Ich müsste mir Ihren Spazierstock mal ausleihen. Habe ich das richtig verstanden? Der junge Mann braucht plötzlich etwas. Hm? Nun versuchen Sie es noch einmal. Wie sprechen Sie mit einer Dame? Ich halluziniere wohl. Schon wieder falsch. Naja. Madame Iris? Gut. Und? Hätten Sie vielleicht die Güte, mir Ihren Stock für eine gewisse Zeit zu überlassen? Das war doch schon viel besser. Die alte Iris wird Ihnen schon Manieren beibringen. Leihen Sie ihn mir jetzt. Nein, werde ich nicht. Nichts ist umsonst. Ich habe mich doch gerade schon entschuldigt. Was? Das soll eine Entschuldigung gewesen sein? Aber gut. Wenigstens geben Sie sich Mühe. Ich werde Ihnen den Stock leihen. Aber dafür müssen Sie mir einen Gefeil tun. Ich habe Hunger. Möchten Sie Geld? Sehe ich aus wie eine Bettlerin? Ich würde mir ja selbst etwas holen. Aber meine Beine sind nicht mehr das, was Sie einmal waren. Holen Sie mir von dem alten Teiggesicht Cray einen Hotdog. Er hat einen Laden gleich hier um die Ecke. Abgemacht. Aber Sie sollten lieber Ihr Wort halten. Wofür halten Sie mich? Natürlich werde ich das. Jetzt gehen Sie schon. Ich habe mächtig Kohldampf. In Ordnung. Hallo. Was darf es sein? Hm. Geben Sie mir einen Hotdog. Es wird nicht einmal eine Minute dauern. Eigentlich weniger als eine halbe Minute. Im Prinzip haben Sie ihn fast schon. Ich bin nicht in Eile. Mit Senf, richtig? Ist mir recht. Ein Moment. Kommt gleich. Bitte sehr. Das macht dann zwei Euro. Okay. Hier ist Ihr Hotdog. Geben Sie schon her. Igitt! Das ist ja widerlich. Was? Ich hasse diesen ekligen gelben Schleim. Bringen Sie mir noch einen. Aber ohne Senf. Nur mit Ketchup. Nur Ketchup. Kapiert? Da kann man nichts machen. Das ist mal eine Lady, für die ich töten könnte. Wie ich sehe, hat Ihnen Ihr Hotdog geschmeckt. Möchten Sie noch einen? Ja, aber bitte mit Ketchup. Statt Senf. Warum Ketchup? Das passt aber nicht zu einem Hotdog, muss ich Ihnen sagen. Naja, aber ich habe gerade darauf Appetit. Aber ich mache keine Hotdogs mit Ketchup. Es tut mir leid. Ist es so ein Problem, den Senf gegen Ketchup auszutauschen? Kann doch keine große Sache sein. Naja, ist es auch nicht. Aber wie ich schon sagte, ich mache das nicht. Das heißt, ich habe keinen Ketchup hier. Okay, dann geben Sie mir einen pur. Ohne alles? Genau, ohne alles. Gut, aber beschweren Sie sich da nicht über die Hotdogs vom alten Cray, okay? Okay. Da haben Sie Ihre Sparversion. Zwei Euro. Einen schönen Tag noch. Danke.